Auf der www.erfolgs-online.de zeige ich Ihnen die Eigenschaften des Niemals-Aufgeben. Gehen Sie Ihren Weg, bleiben Sie entspannt. Buchschreiben, das größte Abenteuer Ihres Lebens. Wollten Sie schon immer mal ein Buch schreiben? Aber Sie trauen sich nicht selbst das zu, dass Sie die Fähigkeit haben, ein Buch schreiben zu können? Nun, dann lassen Sie sich von meinem Praxisratgeber doch mal auf den Geschmack bringen. Oder glauben Sie wirklich, dass große Dichter, Autoren und Schriftsteller gewissermaßen fix und fertig ausgebildet auf diese Welt kommen? Ich verrate Ihnen mal was. Ein Buch schreiben zu können, das ist vor allem Dingen ein Handwerk. Und zwar ein Handwerk, das man erlernen kann. Auch Sie und all diese Lernmethoden finden Sie jetzt systematisch aufbereitet in meinem Ratgeber Schreib dich reich. Alle, die ein Buch schreiben wollen, finden in diesem Ratgeber ein in deutschsprachigem Raum einzigartiges Spezialbuch für das professionelle Schreiben. Ich habe meine Erfahrungen aus drei Jahrzehnten Buchschreiben voll und ganz in diesen Ratgeber einfließen lassen. Egal wie alt Sie sind, welchen Beruf Sie haben, ob Sie Anfänger sind oder Fortgeschrittener, Schreib dich reich wird Ihnen jede Menge Profit einbringen. Ideellen Profit ebenso wie finanziellen. Nicht zuletzt ist ein Buch schreiben zu wollen mit mehr verbunden als dem reinen Geldverdienen. Obwohl ich nicht verhehlen will, dass Sie als Autor wirklich sehr gutes Geld verdienen. Nein, wenn Sie das Schreibhandwerk erlernen, begeben Sie sich auf das vielleicht aufregendste Abenteuer Ihres Lebens. Sie betreten geistiges Leuland. Sie entdecken die Ihnen vielleicht noch völlig unbekannte Welt Ihrer eigenen Kreativität. Dieser Ratgeber ist ein allinklusive Angebot, wenn Sie ein Buch schreiben wollen. Sie erlernen nicht nur die Techniken des Schreibens. Sie bekommen auch mein einzigartiges Wissen darüber, wie Sie Ihr Buch am Ende selbst produzieren und vermarkten können. Denn ich habe die Erfahrung gemacht. Die allermeisten kommerziellen Verlage ziehen angehende Autoren unvorstellbare Summen von Geld aus der Tasche. Diese oft fünfstelligen Eurosummen können Sie sich sparen. Im Internetzeitalter haben Sie die Möglichkeit, ohne große Schwierigkeiten, Ihr eigener Verleger zu werden und die finanziellen Früchte Ihrer schriftstellerischen Tätigkeit ganz für sich alleine zu ernten. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsonline.de oder beim YouTube-Kanal. Unter diesem Video ist direkt der Link dorthin. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher Beide Niveau Beide Niveau Beide Niveau